Ich sitze hier gerade ganz alleine, mitten irgendwo in der Yacht von Mamchigapapa. Wir haben heute Ostern und Yannick ist gerade mit den Jungs spazieren und ich habe die Ostereiergeschenke versteckt hier überall. Im ganzen Bereich sind jetzt irgendwo Ostereier versteckt und kleine Schokohieschen und ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, ich bin ehrlich, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das immerhin getan habe. Ich möchte euch allen frohe Ostern wünschen, ich werde das Video wahrscheinlich erst nachher hochladen, wenn die meisten ihre Ostersachen schon lange gefunden und gegessen haben, aber ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern und ich hoffe, ihr hattet einen richtig tollen Tag und konntet trotz Corona das alles ein bisschen genießen und ja, das war's auch schon. Habt ihr mal wenig gesehen, ab als du mit Papa spazieren warst? Den Osterhase, der ist schon ganz schnell lang gehobt und ich glaube, der hat Sachen verloren. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020